Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 13. Video meiner Videoreihe zum Thema Homeserver selbst bauen. Viele von euch haben schon den webbasierten Cloud-Service Nextcloud auf ihrem Homeserver am Laufen und können auch über das Internet von extern darauf zugreifen. Nun und wenn diese Gegebenheiten schon vorhanden sind, dann ist natürlich der Weg zur eigenen Website, die man auch zu Hause auf seinem Homeserver hostet, nicht mehr weit. Und wie genau ihr das Schritt für Schritt konfigurieren könnt, eure Website auch vom Internet aus erreichbar machen könnt und das Ganze zum Schluss auch noch via SSL absichern könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Der Sponsor des heutigen Videos ist dns-at-blog.com. Dieser Dienst blockiert ähnlich wie PyHole Werbung über den DNS-Server-Netzwerk weit. Allerdings könnt ihr hier im Gegensatz zu PyHole auf eine große Datenbank und Algorithmen zurückgreifen, die Werbung anhand von Kategorien erkennt und somit gezielter blockieren kann. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Wenn es heutzutage um das Thema Webseiten geht, dann programmieren noch die wenigsten ihre Website von Hand mit HTML und CSS, sonst im Regelfall wird hier auf ein Content-Management-System, kurz CMS, zurückgegriffen. Das weltweit eigentlich am meistverbreitendste ist hier WordPress. Ist natürlich auch komplett kostenlos und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses euch hier zu zeigen bzw. die Konfiguration einer Website hier basierend auf WordPress aufzubauen. Mit WordPress habt ihr eben den Vorteil, dass es dazu im Internet ganz viele Anleitungen gibt, wie man das Ganze bedienen kann, aber eben auch zum Beispiel vordefinierte Themes, sodass ihr hier euch Designs erstellen könnt, ohne irgendwas mit CSS programmieren können zu müssen. Genauso könnt ihr auch Inhalte in die Seite ganz einfach über ein grafisches User-Interface einpflegen, ohne dass ihr hierfür irgendwas mit HTML programmieren können müsst. Also wirklich ideal geeignet und kann ich euch sehr ans Herzen legen. Das Gute ist, da auf unserem Home-Server Broxmox läuft, müssen wir hier WordPress nicht ganz einfach Schritt für Schritt über einen Lampstack und so weiter installieren, sondern wir können hier auf ein schlüsselfertiges Image, also auf ein Turnkey-Image zurückgreifen, bei dem schon WordPress, die ganzen Datenbanken und so weiter, alles schon vorkonfiguriert ist. Das macht die Installation sehr einfach und ihr müsst dann später einfach nur noch diese fertige WordPress-Installation mit euren Daten füttern. Also würde ich mal sagen, wechseln wir mal zur Web-Oberfläche von Broxmox und legen mit der Installation los. Wie ihr seht, bin ich nun hier auf meinem Broxmox-Web-Interface angekommen. Wie eingangs erwähnt, möchten wir ja hier WordPress mit Hilfe eines vordefinierten Templates, genauer gesagt eines Turnkey, also zu deutsch schlüsselfertigen Image installieren und dieses müssen wir natürlich uns erstmal besorgen, bevor wir mit der eigentlichen Installation loslegen können. Dafür wechsle ich jetzt hier auf meinen dementsprechenden Speicher, wo ich eben meine Images speichere, ist bei mir jetzt hier lokal und dann gehe ich hier oben einfach auf den Button Templates, um eben die vordefinierten Templates mir hier anzeigen zu lassen und diese dann auch runterzuladen. Hier in der Suche, da könnt ihr jetzt einfach mal direkt WordPress oder einfach nur Word eingeben, dann kommt das schon und dann seht ihr dieses Turnkey-Template mit WordPress. Übrigens, wenn ihr jetzt sagt, naja, ich gehe lieber zur Konkurrenz oder halt zum vergleichbaren Service, nämlich Joomla, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie WordPress, dann gibt es übrigens auch das und auch die Installation ist hier eigentlich sehr, sehr ähnlich. Wir wippen uns jetzt aber wie gesagt in diesem Video hier WordPress, deswegen klicke ich das jetzt hier einfach einmal an, gehe auf herunterladen und muss jetzt eigentlich einfach hier nur noch warten, bis der Download startet und der natürlich dann auch abgeschlossen ist. So, wie ihr seht, steht jetzt hier bei mir Task OK, das heißt der Download ist abgeschlossen und wenn wir jetzt hier schauen, haben wir auch bei den Images eben hier Debian mit WordPress, das ist genau das, was wir brauchen. So, jetzt müssen wir einen neuen Container erstellen, der eben dieses Image hier quasi als Betriebssystem nutzt. Dafür gehen wir hier oben auf erstelle.ct, für erstelle.container und das hier kennt ihr jetzt schon, wenn ihr diese Videoreihe verfolgt habt, das ist eigentlich immer derselbe Prozess. Als erstes vergeben wir einen Hostnamen, den nenne ich jetzt hier passenderweise WordPress. Ich entferne den Haken bei unprivilegierter Container, sodass das Ganze eben ein privilegierter Container wird, ist wichtig bei diesen Turnkey-Templates hier. Dann natürlich braucht ihr ein Root-Passwort quasi, das könnt ihr hier auch ganz einfach vergeben und dann können wir auch schon auf Vorwärts klicken. Dann geht es jetzt hier auch schon an das Wichtige, nämlich an das Template, das haben wir jetzt hier in meinem Fall in Lokal gespeichert. Dann kann ich das Ganze einfach hier auswählen. Es ist natürlich auch wichtig, dass ihr hier das WordPress-Template nehmt, dann könnt ihr hier auf Vorwärts klicken. Jetzt geht es hier um die Root-Disk, wie ihr seht, und da geht es jetzt eben darum, auf welcher Festplatte physisch oder auch welcher Partition das Ganze dann gespeichert wird. Ich mache das jetzt hier auf den Lokalen, das ist nämlich die SSD und ich finde für so einen WordPress-Block, da braucht man eigentlich gar nicht viel Gigabyte. Das ist ja meistens Text, das da drin ist, ein paar, im B noch für die Datenbank und wenn ihr jetzt nicht gerade vielleicht einen Fotoblock betreibt, dann ist das, was ihr an Medien da hochladet, im Normalfall recht gering. Wenn ihr Videos einbindet, würde ich das euch eh empfehlen, via YouTube zu machen. Von dem her, ich sage jetzt hier mal 20 Gigabyte. Damit sollten wir dann auf jeden Fall hier gut bedient sein. Mehr braucht wirklich eine Standard-Webseite, einen Standard-Block eigentlich nicht. Gehen wir weiter zum Punkt CPU. Hier reicht natürlich einer vollkommen aus. Das ist auch hier wirklich nicht sehr anspruchsvoll von der Hardware her. Beim Speicher würden uns 512 MB hier reichen. Wenn wir hier mehr nehmen, können wir noch ein bisschen besser cachen. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal 1 Gigabyte, aber auch das reicht wirklich für die meisten Webseiten aus. Es sei denn, ihr habt da aufwendige Animationen drin oder irgendwas, das halt vom Caching her viel Raum braucht. Aber wenn es eine einfache Webseite ist von Unternehmen, für ein Projekt, reicht das eigentlich auch schon. Netzwerk, natürlich wichtig. Wir brauchen eine eigene IP-Adresse wieder für den Container. Ich vergebe jetzt hier einfach auch mal kurz eine. Dann können wir auch schon weiter auf den nächsten Punkt und zwar DNS. Hier lasse ich die voreingestellten Einstellungen drin. Gehe dann hier noch einmal auf die Bestätigung. Das passt mir hier soweit. Alles haben wir soweit richtig konfiguriert. Und dann setze ich auch gleich hier den Haken bei Nachausstellen starten. Dann geht es nämlich auch direkt los. Also klicken wir hier auf Abschließen und warten, bis der Container gestartet hat. So, auch hier steht Task OK. Also sind wir fertig. Und jetzt wechseln wir mal hier direkt auf den Container drauf. Hier ist er bei mir. Und dann klicken wir hier auf die Konsole, sodass wir da via SSH mal drauf kommen. Für den Login, da gibt ihr jetzt einfach den Benutzernamen root hier einmal ein. Wir können natürlich später andere anlegen. Und das root-Passwort, das wir ganz am Anfang vergeben haben. So, jetzt geht es auch schon mit dem kleinen Setup-Wizard hier los. Denn ihr braucht natürlich individuelle Passwörter für die verschiedenen Zugangsdaten hier innerhalb von WordPress. Als erstes geht es jetzt hier um die MySQL-Datenbank. Braucht ihr einfach ein Datenbank-Passwort. Vergebe ich jetzt hier einmal eins. Müsst einfach auch schauen, dass sich hier am besten einfach ein sicheres vergibt. Und ich wiederhole das Ganze auch nochmal. Jetzt brauchen wir noch ein Passwort für den WordPress-Account. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr euch mit WordPress auskennt. Unter der Website-URL slash wp-admin könnt ihr euch im Normalfall dann einloggen. Auf dem Backend von WordPress eure Posts da vornehmen, die Seiten bearbeiten und so weiter. Dafür braucht ihr natürlich einen User. Den habt ihr jetzt hier schon vordefiniert mit Admin. Auch hier könnt ihr natürlich später weitere anlegen. Aber dieser User braucht ein Passwort. Und auch hier müsst ihr wieder eins vergeben. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Das Ganze einfach einmal eingeben und nochmals bestätigen. So, jetzt können wir hier eure WordPress-E-Mail-Adresse eingeben. Da bekommt ihr einfach Benachrichtigungen von WordPress, wenn eine neue Version verfügbar ist. Wenn auch mal ein Problem auftauchen sollte. Empfiehlt sich eigentlich immer das Ganze hier einzutragen. Mache ich jetzt hier auch. Und dann können wir hier auf Apply gehen. Jetzt geht es hier um diese automatischen Turnkey-Backups und sowas. Nutze ich persönlich nicht. Wenn ihr das wollt, dann richtet das ein. Aber im Normalfall kommt ihr auch ganz gut ohne. Na klar, ihr könnt ja auch Backups ganz einfach und Snapshots auch natürlich via Proxmox machen. Und auch hier sage ich, brauche ich jetzt nicht unbedingt die E-Mail-Adresse nochmals. Das reicht mir, wenn ihr jetzt hier WordPress mir Fehlermeldungen oder ähnliches schickt. Hier könnt ihr dann noch Security-Updates automatisch aktivieren, wenn ihr das möchtet. Brauche ich jetzt in dem Fall hier nicht. Wenn ihr das wirklich für eine Live-Instanz nutzen möchtet, die dann auch längere Zeit läuft, kann ich es euch empfehlen. Jetzt hier für das Demo-Video lasse ich das mal aus. Dann geht es einfach ein Stückchen schneller. So, und das war es dann auch schon mit der instantialen Konfiguration. Wie ihr seht, recht einfach. Jetzt werden uns auch hier schon die IP-Adressen angezeigt, über die wir das Ganze aufrufen können. So viel mal vorweg. Wenn ihr nicht gerade via FTP-Dateien hochladen wollt, dann braucht ihr eigentlich immer nur diese Adresse hier, die URL. Aber wie ihr die nachher dann auch noch ändern könnt zu einer Web-URL, zeige ich euch natürlich erst mal wieder zurück im Browser. Im Browser gebe ich jetzt einfach die ebens angezeigte IP-Adresse hier einmal ein. Und dann schauen wir mal, ja, das sieht doch gut aus. Da sind wir quasi bei dieser Standard-Landing-Page gelandet von dem Turnkey-Wordpress-Template. Natürlich, wie erwähnt, ein ganz nacktes WordPress hier. Könnt ihr dann natürlich konfigurieren, je nachdem, wie ihr es braucht. Jetzt loggen wir uns aber mal hier auf den Backend ein. Das ist natürlich das Wichtigere für denjenigen, der die Webseite erstellt. Geht ganz einfach hier mit IP-Adresse, slash wp-admin. Und das sollte euch dann auch schon bekannt vorkommen. Hier könnt ihr euch jetzt ganz einfach einmelden. Einmal hier eben mit dem initialen Account-Admin und dem vorhin vergebenen Passwort. Und da sind wir auch schon drin. Wie gesagt, ganz normales WordPress hier im Backend. Natürlich, die Version kann ein bisschen älter sein. Diese Turnkey-Templates werden jetzt nicht so oft aktualisiert. Ist aber jetzt hier grundsätzlich eigentlich kein Problem. Die könnt ihr ganz einfach updaten. Dann seid ihr hier auch wieder eben, ja, up-to-date. Ganz einfach. Und natürlich auch unter den Settings könnt ihr jetzt hier die weiteren Personalisierungsfunktionen vornehmen. Beispielsweise hier den Titel der Seite ändern. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Apfelcast. Und das könnt ihr natürlich dann auch hier wieder abspeichern. Und eben auch alles Weitere so anpassen, wie ihr das möchtet, euer eigenes Theme hochladen, die Seiten, die Posts bearbeiten. Aber wie gesagt, das hier soll kein eigentliches WordPress-Tutorial sein, wie ihr damit arbeiten könnt. Sonst eher, wie ihr das ans Laufen bekommt. Die restlichen Schritte wären jetzt weniger was für einen Server-Admin, wie ich es bin. Sonst eher was für einen Webdesigner. Der kennt sich da dann besser aus. Jetzt ist eure WordPress-Seite aus dem internen Netzwerk erreichbar. Ich denke mal aber, die meisten von euch, die eine eigene Website haben oder eben betreiben möchten, möchten diese auch aus dem Internet erreichbar machen. Nur dann macht das ja wirklich Sinn. Und ich habe euch ja schon in einigen Videos immer wieder gezeigt, was ihr so beachten müsst. Wenn ihr eine Website, wie zum Beispiel auch Nextcloud, fürs Internet aufmachen wollt. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ihr hierfür braucht. Ihr braucht im Normalfall einen Dyn-DNS-Dienst. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich eine dynamische IP-Adresse, die sich alle 24 oder 48 Stunden ändert. Der Dyn-DNS-Dienst macht dann nichts anderes, als einfach eure dynamisch sich ändernde IP-Adresse mit einer festen Domain zu verknüpfen. Das kann eine gekaufte Domain sein, also sowas wie apfelcast.com. Oder ihr nutzt einfach eine Domain, die euch von dem Dyn-DNS-Betreiber vorgegeben wird. Also sowas wie apfelcast.dyn-dns.net. Wenn ihr das eingerichtet und konfiguriert habt, dann müsst ihr noch den Port 80 und den Port 443 in eurem Router für das Web freigeben, sodass ihr dann auch auf eure Website zugreifen könnt. Für das alles, was ich euch jetzt hier so kurz zusammengefasst erklärt habe, findet ihr auch ausführliche Videos natürlich auf meinem Kanal. Alles Relevante ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Für die meisten wird es jetzt hier aber noch eine kleine Herausforderung geben. Und zwar, wenn ihr schon einen Nextcloud auf eurem Home-Server laufen habt, dann ist ja schon der Port 80 und der Port 443 für Nextcloud, also für den virtuellen Server, beziehungsweise für den Container hier schon okkupiert. Jetzt braucht ihr aber natürlich unter dem gleichen Anschluss nochmal den Port eben für WordPress. Und da greifen wir auf was zurück, was ich euch auch schon mal gezeigt habe, wie ihr das installieren könnt. Und zwar einen Reverse-Proxy. Dieser leitet dann eben ganz einfach anhand der Domain die Anfrage auf das entsprechende Gerät weiter, auch wenn alle Anfragen über den gleichen Port reinkommen. Natürlich findet ihr hier im Video und auch in der Beschreibung den entsprechenden Link zum Proxy-Server-Video. Ich werde jetzt hier bei der weitergehenden Installation das Ganze auch anhand von meinem Proxy-Server machen. Das Ganze geht aber auch ohne. Das heißt, wenn ihr beispielsweise nur WordPress auf dem Home-Server momentan ans Internet freigeben wollt, ist das gar kein Problem. Könnt ihr auch machen. Erkläre ich euch jetzt auch gleich im Anschluss. Zurück hier am Computer habe ich mich jetzt hier schon mal, wie ihr sehen könnt, auf meinem Proxy-Server eingeloggt. Denn ich habe mich jetzt hier einfach für die Variante entschieden, da es bei mir auch Sinn macht, da ich mehrere Container habe, die eben auch den Port 443 und den 80er-Port benutzen, das Ganze über einen Proxy-Server abzudecken. Was ich bisher gemacht habe, ist einfach eine neue Sub-Domain angelegt, in meinem Fall jetzt hier WP für WordPress.upvercast.com und diese eben über dünn-DNS mit meiner externen IP-Adresse verknüpft. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr keine Domain kaufen möchtet, ganz einfach zum Beispiel über neue IP, DuckDNS oder ähnliche Dienste machen. Das funktioniert da eigentlich sehr gut. Und wie gesagt, Videos, wie genau das geht, habe ich euch verlinkt. Also legen wir jetzt hier los. Ich brauche natürlich jetzt hier in meinem Proxy-Server eine neue Konfiguration, die eben den neuen Container dann anspricht. Dafür lege ich mir jetzt hier ganz einfach eine neue an und nenne die jetzt hier in meinem Fall Server-4 oder Server-4 einfach in dem Fall. Das ist eben der vierte Server, den ich jetzt hier über den Reverse-Proxy ansprechen möchte. Und füge jetzt hier einfach die Daten ein, die Standardkonfiguration ein und passe mir die dann an. Wie ihr seht, ist natürlich die Standardkonfiguration immer die gleiche, wie ich euch auch schon in dem separaten Reverse-Proxy-Video gezeigt habe. Also passe ich mir jetzt hier ganz kurz an, wie eingangs erwähnt oder gerade erwähnt, ist ganz einfach meine Domain jetzt hier wp.apfelcast.com. Den Rest können wir belassen und natürlich muss ich jetzt hier noch die IP-Adresse an die IP-Adresse des neuen Containers anpassen. Ist in meinem Fall jetzt 192.168.0. und dann hier 161. Und das Ganze muss ich hier natürlich auch nochmal eintragen. Ist das erledigt, kann ich das Ganze einfach einmal abspalten hier mit Ctrl-O und mit Ctrl-X aus dem L-Tour raus. Dann starten wir ganz einfach noch mit Service Apache to Restart den Apache-Server hier einmal neu. So, dann würde ich sagen, zurück hier im Browser, probieren wir das Ganze doch einfach mal aus, ob es funktioniert. Und jawohl, das sieht gut aus, ganz einfach hier über wp.apfelcast.com komme ich jetzt hier auf meinen WordPress-Blog und natürlich auch, wenn ich jetzt hier hinter wp-admin eingebe, lande ich auch hier bei der ganz normalen Login-Page. Was uns natürlich jetzt aber hier noch fehlt, ganz klar, hier oben steht nichts sicher. Für jede Website, für jeden Blog braucht ihr ja seit DSGVO SSL-Zertifikat, gerade wenn ihr sowas eben public nutzt. Also machen wir das auch noch einfach kurz. Ich zeige euch das jetzt wieder anhand von meinem Reverse-Proxy-Server. Aber die Befehle sind nahezu identisch, wenn ihr das Ganze beispielsweise nur mit diesem einen WordPress-Container betreibt. Denn auch hier könnt ihr über Let's Encrypt mit Hilfe des Certbot-Tools bzw. Paketes hier ein kostenloses SSL-Zertifikat ausstellen. Also zurück ins Terminal. Ich bin jetzt hier wieder bei meinem Reverse-Proxy-Server angekommen. Wie gesagt, ihr könnt das aber auch direkt im Terminal von eurem WordPress-Server machen. Da funktioniert das genau gleich. Nur hier müsst ihr noch zunächst diesen Befehl eingeben, nämlich euch einfach diesen Certbot für den Apache kurz installieren. Ich lösche den Befehl jetzt wieder hier raus. Ich habe das schon installiert. Und wenn ihr den dann auch installiert habt, dann sind ab jetzt die Befehle nämlich gleich. Und der eigentliche Befehl, der ist jetzt eigentlich ganz einfach. Und zwar ganz einfach Certbot-Apache und dann "-d". Und jetzt kommt ganz einfach eure Domain hier rein. Also in meinem Fall bp.apfelcast.com So, und dann können wir das Ganze auch schon mit Enter hier abschicken. Wenn ihr jetzt hier diese Frage bekommt, könnt ihr ganz einfach das Ganze mit 2 hier bestätigen. Das heißt, es wird ein automatischer Redirect gemacht. Das heißt, ihr könnt überhaupt nicht über den Port 80 zugreifen. Ist genau das, was wir wollen. Können wir hier so bestätigen. Und wie ihr seht, jetzt steht hier Congratulations. Das heißt, das Ganze hat funktioniert. Jetzt könnt ihr dann auch ganz sicher quasi euren Blog über HTTPS aufrufen. Das war es jetzt auch schon hier zu dieser Anleitung. Ich hoffe, auch ihr konntet jetzt erfolgreich WordPress auf euren Home-Server installieren. Und ihr konntet euch damit noch ein Stück unabhängiger machen von Drittanbietern und eben externen Hoster. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder was nicht auf Anhieb funktioniert hat, dann schreibt mir das einfach in den Kommentaren. Und ich versuche das natürlich für euch zu beantworten. Ansonsten, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ganz wichtig, wenn ihr keine dieser Videos mehr hier zum Thema Nextcloud, zum Thema Home-Server, NAS und alles weitere nicht verpassen wollt, dann abonniert natürlich auch sehr gerne hier meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, dass ihr auch ganz sicher nichts verpasst. Hier an der Seite neben mir findet ihr noch weitere Videos aus meiner Home-Server-Reihe verlinkt. Und ganz zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.